Wo? Wut? Ja, da fehlt aber noch ein bisschen Zungen-Action. Ok... Da gibt's noch, da ist noch ein Stuhl. Den können wir komischerweise nicht nehmen. Den anderen Stuhl konnte man nehmen, den hier nicht. Hier sind wir auf der Bühne. Da ist ein Stein, eine Kurbel. Hier... Was ist das? Ah, das ist so eine Bühnentür. Ah... Wir müssen da hin. Wenn der Vorhang... Ok, wir müssen irgendwie den Stein wahrscheinlich auf diesen Knopf hier kriegen. Und uns dann selber hier drauf stellen. Die Frage ist natürlich nur, wie. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier ziehe... Ok. Geht das? Ok, das war nicht richtig. Warte... Warte mal ganz kurz. Sekunde. So, jetzt aber. Und nochmal. Ah, clever. So. Und jetzt probieren wir mal. Hm. Nein. 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 Bitte nicht mit Zunge. Nicht mit Zunge. Achso, es wurde ja schon geküsst. Ach, wie süß. Die freuen sich ja. Guck mal, wie die grabbeln. Wo grabbelt der überhaupt hin? Die kleinen Grabbler. Und wir haben, glaube ich, wir haben einen Frosch bekommen. Wir haben eine Bratpfanne und einen Frosch. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Jawohl, ich bin es. Ich bin es wirklich. Ich muss jetzt königlich hier weglaufen. Jawohl. Ich bin ein Prinz. Ein waschechter Prinz. Ein König. Wir sind ja ein König. Ein Prinz. Ein König. So. Cool. Hier hinten können wir sonst nichts machen. Da war auch sonst nichts mehr. Ich gucke mal ganz kurz vorsichtshalber. Hier ist sonst nichts mehr. Hier passiert auch nichts mehr. Okay. Dann wieder zurück. Ein Frosch. Wir haben einen Frosch. Gut, hier kommen wir nicht durch. Ganz klar. Ich probiere es trotzdem. Okay. Da kommen wir momentan noch nicht durch. Wo kriegen wir denn noch ein bisschen Kraft her? Das heißt, wir müssen noch eine Haxe essen, oder wat? Hupsa. 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 Ich habe echt Angst vor so ein paar Entscheidungen. Also, ne, falls wir uns entscheiden müssen, wer lädt, wer stirbt. Okay, hier brauchen wir eine zweite Person. Und wir haben... Ah, und wir haben Fliegen. Und wir haben einen Frosch. Sehr gut. Ja. Perfekt. Oh, wir haben keinen Frosch mehr. Oh nein. Mann, oh. Den Frosch hätten wir noch essen können. Wir hätten Froschchenkel servieren können. Ich meine, die essen auch die ganze Zeit Fleisch. Hätten sie auch Froschchenkel? Ich meine, kann man doch... Hätte man doch. Ich meine, das würde doch... Da ist doch... Hm. Okay. Mit der Fliege gehe ich natürlich gleich zu den Alten. Mit der Bratpfanne müssen wir noch zur... zu unserer Schwertdame. So, die Dame unseres Schmerzens. Okay, die sind ja noch fit, ne? Die liegen zwar ein bisschen rum. Ach, die sind überhaupt nicht fit. Scheiße. Ja. Äh... Bis demnächst. Guten Tag. Scheiße. Tut mir leid, euer Majestät, aber ich bin zu schwach, um euch zu erreichen. Fuck. Huch. Wir müssen die also füttern. Wie ärgerlich. Was mache ich denn jetzt? Wir haben die Pfanne noch. Wir haben die Pfanne noch. Ähm... Die müssen wir mal zum Einsatz bringen, tatsächlich. Allerdings habe ich hier... Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe mal ganz kurz. Ich mache mal folgendes. Zurück zum Hauptmenü. Kann ich da speichern? Oder wird hier automatisch... Nee. Äh... Ich kann ja gar nicht speichern. Zurück zum Hauptmenü bringt mir nix. Ich müsste aber mal den Spielstand gerade. So. Ja, ja, ja. Geht verloren. Das ist okay. Ich will den Spielstand aber grad mal backupen. So. Spielstand wechseln. Wie immer. Äh... 19.12. 16.11. So spät schon. Ich wollte noch Weihnachtsmarkt. Okay. Kopieren. Und zwar hier auf den alten 16.12. Der müsste es gewesen sein, ne? 5.53 Uhr morgens. Tolle Idee. So. Ich hätte vielleicht den anderen nehmen sollen. Ist aber egal. So. Ich wollte nur vorsichtshalber... Ich hab nämlich keine Ahnung was pass... Huch! Da sind wir. Ich hab nämlich keine Ahnung was jetzt passiert. Ich habe eine Befürchtung. Okay. Ihr geht's noch ganz gut. Oh. Gute Arbeit. Nicht schlecht. Könnte noch ein paar Widerhaken gebrochen. Aber ich will mich nicht beschweren. Okay, Graham. Trete zurück. Jawohl. Ich hab's gewusst. Fuck. Folgendes. Der linke hat hundertprozentig einen Schlüssel oben zum Teig. Der rechte hat eine Goldmünze. Pass auf. Folgendes. Folgendes. Ähm. Mit der Goldmünze könnten wir uns was kaufen. Nur die Stäbchen. Mit dem... Wenn ich keine Ahnung habe, was wir mit dem machen sollen. Weiß ich momentan noch nicht. Mit dem Mehl könnten die Bäcker... Ich weiß nicht genau, ob sie das an einem Tag fertig kriegen. Aber die könnten Süßgebäck machen. Normalerweise brauchen wir dafür keinen ganzen Tag. Mit dem Süßgebäck könnten wir am selben Tag noch die Alten füttern eventuell. Dann könnten wir denen nämlich wiederum... ...die Fliege geben. Das könnte funktionieren. Wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert, was soll passieren. Ein Schlüssel! Oh! Huch! Okay. Wie war das, Gart? Oh! Nichts! Als Abenteurer war der Hauptträger ein Kinderspiel. Als König hatte ich ein Problem, sie zu erteilen. Was, wenn ich mich falsch entschied? Wenn ich alle enttäuschte? Und noch einen Freund an den Drachen verlor? Okay. Ich hätte Herrn von Schling retten können. Was hatte ich getan? Ah, Scheiße. Aber wie hätte ich den denn retten können? Es gab nur eine einzige... Die Hobbelpots waren sehr geschwächt. Ich hielt es für Weise, nach ihnen zu sehen. Ja. Scheiße, boah ist das gemein. Dieser Teil ist so gemein. Es kommt mir eher vor wie so ein riesiges Rätsel. Es kommt mir gar nicht vor wie so ein eigener Teil, sondern mehr wie so ein riesiges Rätsel. Und es ist mega fies. Das ist mega fies. Dass es nur eine einzige Medizin gab, ist A, mega fies. Und B... Hätte ich selber eine machen können? Nee, aber wovon denn? Wir haben ja nichts gefunden. Nichts! Und zu welchem Preis hätten wir Herrn von Schlingen retten können? Okay, folgendes. Als erstes gehen wir zu den Hobbelpots und bringen denen ein bisschen was zu essen. Die haben nur noch einen einzigen Stern. Ein einziges Herz, meine ich natürlich. Das heißt, die sind auch fast tot. Verdammt, das ist so ein gemeiner Teil. Was? Wie fühlt ihr euch? Ich stehe das keinen weiteren Tag durch. Ciao! Wir haben eh keine Wahl. Ah, lecker! Das ist so gut! Das ist so gut! Auf bitte sehr, Schatz! Himmel! Das ist doch gleich besser! Danke, König! Auge einer Fliege! Hä? Ich dachte, du fühlst dich besser! Das Auge einer Fliege! Verstehst du? Das ist die fehlende Zutat! Ein... Trank? Ihr wollt... Ihr wollt... Ihr wollt... Könnt ihr damit etwas teleportieren? Beschwört ihr einen Sturm, der euch folgt? Verwandelt ihr euch damit in eine Ka... Ähm... Ähm... Entschuldigung! Ich beherrsche mich! Katze! Verwandelt ihr euch mit dem Trank in eine Katzenart? Ganz wundervoll! Nichts Besonderes! Ein Unkrautmittel! Wir dachten, wir lassen die Wurzeln verfaulen! Bringt uns das Auge eine Fliege! Und natürlich mehr Snacks! Hm... Ja, ich hätte ja den anderen Weg gewählt! Was? Geht es hier um deine Wahl? Oder meine? Den anderen Weg gewählt? Welchen anderen Weg gewählt? Zum Glück verwende ich unser neues Pulver Deodorant! Ich will die Aromamischung hier unten auf keinen Fall stören! Wie wahr! Man kann die Luft fast schmecken! Hm... Ähm... Es gibt noch ne anderen... Es scheint ja mehrere Wege zu geben! Äh... Das mit ner Fliege wussten wir natürlich! Stand ja auch im Büchelein! Ähm... Auge einer Fliege! Okay! Drei... Drei Herzen! Den geht's immer noch nicht so besonders gut! Kleinen Schlüssel haben wir jetzt auch! Geben wir denen erstmal die Fliege! Hier bitteschön! Okay! Tretet zurück! Ja! In Fortunkrat! Verplixt! Sagte ich Auge einer Fliege? Ich meinte fliegende Augen! Ich verwechsle das immer rum! Muriel! Hahaha! Hey! Das ist genug! Wie kann eine ganze Horde Kreaturen so dumm sein? Wer hat euch erzogen? Ihr seid zu tieferem Denken fähig! Das ist ein Fakt! Das reicht! Ich habe genug von diesen kleinen Sadisten! Wir schalten sie aus! Oh Muriel! Mit Gewalt? Denken wir nochmal nach! Nein! Ich bin fest entschlossen! Wir bauen eine Knochenbombe! Das ist die eleganteste Lösung! Alles klar Muriel! Wir brauchen etwas Bommpulver! Hier ist das Rezept! Natürlich müssen wir das wieder machen! Ist doch klar! So! Zwei Dinge haben wir! Den Flakon haben wir! Okay! Pflanzenwuchstrank! Pflanzenwuchs! Die einzigen Pflanzen... Oder habe ich was? Nur weil ich sitzen kann, heißt das nicht, ich bin gesund! Mein Magen knurrt trotzdem noch! Ja, was soll ich denn machen? Meine Geschmacksnerven verenden! Es heißt doch, sie sterben ab, wenn man sie nicht benutzt! Ja, ich kann mir jetzt den Schinken auch nicht aus dem Arsch ziehen! Was ist denn hier? Was brauchen wir denn noch dafür? Ach, das links ist das Rezept, das kennen wir schon! Jetzt können wir umblättern! So! Wir brauchen... Ich will endlich unseren Stumpfkessel einweihen! Ja! Hoffentlich sind wir bald stark genug für einen Test! Wir brauchen... Auf dass wir alle Probleme ausgehöhlt haben! Ja! Wir brauchen noch Erbsen! So ein Zufall! Wir brauchen Erbsen! Und oben ist eine Prinzessin auf der Erbse! Und wir brauchen eine Rosé! Wo kriege ich denn hier eine Rosé her? Das ist ja... Wir sollten den Laden umräumen, wenn wir zurück sind! Wir kommen nie richtig um den Tresen rum! Was wollen wir denn auf der anderen Seite? Die ist für die Kunde... So, verlassen wir die beiden mal! Boah, ich hab echt Angst, dass wir es nicht schaffen, dass noch weitere Leute hier... Naja, sterben werden! Ich frage mich, hätten wir das Einhorn irgendwie retten können? Und was heißt, es gibt noch einen anderen Weg? Mann! Das ärgert mich! Das ärgert mich zutiefst! Ich will wissen, ob es noch eine andere Lösungsmöglichkeit gibt! Und wenn ja, wird die mit Sicherheit nicht leicht sein! Man muss wahrscheinlich eins zu eins einen bestimmten Weg verfolgen, um alle irgendwie retten zu können! So, was wollte ich hier oben machen? Ach ja, eine Sache wollte ich ausprobieren! Ich weiß nicht genau, ob es klappt! Wir haben hier oben Blümchen! An Fuße einer Art Koboldleiter wuchsen undefinierbare Pflanzen! So, hier! Das soll also eine Koboldleiter sein! Sieht ehrlich gesagt einfach nur aus wie eine Schlucht! Ich habe keine Ahnung, wie Kobolde da hochkommen sollen! Was wir aber vielleicht probieren können, wenn die Pflanzen wachsen! Ich meine, das ist doch sehr auffällig mit der Pflanze hier, oder? Auch mit den weißen Blüten! Oh! Noch nicht groß genug, um daran raufzuklettern! Vielleicht morgen! Mist! Wir müssen also nochmal pennen! Scheiße! Ähm... Und der Schlüssel! Den haben wir auch noch! Wir haben immer noch was von dem Trank übrig! Also vielleicht brauchen wir sogar zwei Tage, bis das wächst! Ich weiß es nicht! Ach, kacke! So! Mit dem Schlüssel kommen wir hier schon mal rein! Das ist gut! Da kriegen wir das Mehl! Das brauchen wir ja noch! So! Was denn das? Na nü! Ach, die Herzseite! Und wir haben auf dem Pilz gesehen die Hirnseite, oder? Seite des Herzens! Was auch immer! Was ist das? Wir können es leider auch nicht angucken! So! Das Mehl können wir mitnehmen, hoffentlich! Natürlich! Können wir mitnehmen! Und hier war offenbar auch der Raum, wo der Brei gemacht wurde, der jetzt ja nicht mehr kommt! Aus irgendeinem Grunde wurde das eingestellt, ich weiß nicht genau warum! Selber Brei machen können wir auch nicht, was schade ist! Wäre schön gewesen! Hätten wir einfach alle wieder versorgen können! Das wäre natürlich toll gewesen! Vielleicht kann man das ja sogar und ich weiß einfach nicht wie! Da war das Schwert! Ja Münster haben wir keine, deshalb beim Händler können wir auch nichts machen! Können wir ihm Bescheid sagen, dass das Einhorn irgendwie, naja, gelitten hat? Heinos Dias! Wo sind die majestätischen Einhörner? Das ist ein sehr schmerzliches Thema! Bleiben wir beim geschäftlichen! Ich habe ihn nicht gesehen seit ich hier bin! Er ist bestimmt im Hochsicherheitstrakt eingesperrt! Okay, kennen wir schon! Ich muss noch mal fragen, was habt ihr auf Lager? Okay, bis... Ciao, ciao! Und schaut mal wieder rein! Ja, wir schauen mal wieder rein! Okay, da können wir momentan nichts machen! Schadiii! Ähm... Huch! Was machen wir denn dann? Wir müssen jetzt echt einen Tag warten! Ach ne, mit dem Mehl gehen wir erstmal runter zum Bäcker! Wir müssen jetzt jeden Tag warten! Was mache ich mit der Prinzessin? Da oben! Wir müssen irgendeine Melodie hinkriegen! Aber woher kriegen wir denn... Woher wissen wir denn, was sie gerne hören würde? Ich muss da mit der Jukebox gleich nochmal rumprobieren! Bevor wir jetzt irgendwie schlafen gehen... Äh, will ich möglichst alles ausschöpfen! Ich habe nämlich Angst irgendwas zu verpassen oder irgendwas nicht richtig zu machen! So! Freunde! Oh nein! Was wollt ihr? Wie fühlt ihr euch? Wie seh ich aus? Fuck! Bis dann? Fuck! Mann! Ich will euch gern dienen, König! Aber ich bin einfach zu schwach! Scheiße! Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt müssen wir wieder einen Tag warten! Oh, das ist so gemein! Mit der richtigen Reihenfolge... Hätte ich mir gewünscht, dass man alles an einem Tag machen kann! Aber leider... Hätte man das gestern noch erledigen können, wäre der Alarm nicht losgegangen! Hätte man das verhindern können, wahrscheinlich auch nicht! Hey! Ihr wart gut, Graham! Ja, aber da sind noch zwei Kobolde! Ich weiß! Und irgendwie wagen sie sich nicht mehr an das Gitter heran! Ist das verwunderlich? Findet einen langen Griff für die Klinge! Dann gibt es keinen drinnen mehr! Ähm... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll! Schon mal was vom Sieg durch Güte gehört? Güte? Hm! Also die Waffe ist mir neu! Sieg durch Gütersloh! Ähm... Die Pilze hätte man auch nicht irgendwie... Ein großes Metallschloss prangte an der Käfigtür! Entweder einen langen Griff... Guck mal, er hat doch hier so einen langen Griff! Guck mal, er hat doch hier so einen langen Griff! Wieso können wir denn selber nicht Leute... Äh... Okay, Sieg durch Güte! Ich weiß! Sieg durch Güte! Aber... Sieg durch Güte? Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt! Ja, komm halt die Klappe! So... Hallo? Hallo? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Hm... Scheiße... Müssen wir jetzt wieder einen Tag pennen? Müssen wir jetzt wieder einen Tag pennen? Und da oben kommen wir auch noch nicht ran! Ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf den Pilz kommen soll! Das ist mir ehrlich gesagt... Einfach ein Rätsel! Echt? Ja, ja! Ja, ja! Ich höre immer noch... Ja, ich probier's trotzdem mal! Scheiße! Fuck! Wir müssen einen Tag schlafen, damit... die Bäcker wieder aufstehen, aber dann ist natürlich die Schwertmeisterin down! Die beiden sind dann auch down! Ich... Fuck! Was soll ich denn machen? Ich geh mal ganz kurz gucken, wie viel Herzen die noch haben jetzt insgesamt! Hab ich das vergessen? Hab ich natürlich vergessen! Ähm... Boah, das ist echt knifflig! Die haben noch zwei oder drei... Drei! Natürlich mach ich das! Tschau! Bis demnächst! Die haben nur noch drei... Wir müssten jetzt einen Tag... vergehen lassen, um Fleisch zu kriegen... dass wir den Bäcker geben würden... Sie linksweise... Alter, das ist echt schwer! Ich geh noch mal ganz kurz gucken, wie viel Herzen sie hat! Es tut mir leid, wenn ich da noch mal hingehen muss! Ich muss mir das eigentlich aufschreiben, damit ich genau planen kann, was ich jetzt wie mache als nächste Schritte! Wie geht's? Wie fühlt ihr euch? Hunger! Drei! Kommt bald wieder! Also wir kommen jetzt quasi in den Endlauf! Ich hab das Gefühl, die werden alle krepieren! Wenn wir weiter zum Schlafen gezogen werden, dann werden die alle krepieren! Dann... ... ...